Ein dezenter Latexduft, ein wohlgeformter Körper und ein Kopf voller Luft. Ich bin vielleicht nicht groß, doch ich hab nen harten Stoß. Ich mach ganz schnell alle Frauen klar, denn ich bin lustulös und ich bin auch blasbar. Von Helsinki bis nach Sanzibaben, ich mit meinen Muckis hier der Superstar. Werd für andere Männer zur Gefahr, denn ich bin muskulös und ich bin auch blasbar. Cool wie Eis und scharf wie Soßtartaben, ich mit meiner Faust in deinen Boxsack fahr. Ich hab einen Knopf da unten dran, tipp ihn einmal an und ich werd zum Mann. Gute Nachrichten für alle Masochisten, ich kann nicht nur ganz gut zuhauen, ich kann auch super pisten. Mein Gerät braucht keine Batterien, gepresste Luft, ja die ist mein Benzin. Und wirk ich dann noch richtig maskulin, kann keine Frau sich mehr entziehen. Was denkt ihr denn? Sag mal, was fällt euch ein? Das soll doch keine Anspielung auf Rocky sein. Und redet mir jemand was anderes ein, dann brech ich ihm mit einem Hieb das Nasenbein.